Der Schallkopf wird kurz über der Hautleistenfurche mit dem Orientierungsmarker in Richtung rechter Seite des Patienten positioniert. Die Arteria femoralis communis ist als eine runde, pulsierende Struktur erkennbar. Der Schallkopf sollte ein bis zwei Zentimeter seitlich bewegt werden, um den Nervus femoralis zu identifizieren. Der Nerv liegt tief bei der Fascia iliaca und erscheint als eine längliche, helle, echoreiche Struktur, die dem Musculus iliacus aufliegt. Er kann dunkle, echoarme Kreise enthalten, die die Nervenfaszikel darstellen. Der Nerv liegt immer tief bei der Fascia iliaca und sollte nicht mit dem hellen, echoreichen Gewebe verwechselt werden, das über der Faszie liegt und Lymphgewebe darstellt. Die Nadel wird mittels Langachsentechnik verschoben, ein bis zwei Zentimeter lateral des Schallkopfes positioniert und unter dem Schallkopf vorgeschoben. Der initiale Endpunkt der Nadel ist knapp seitlich des Nerven und tief bei der Fascia iliaca. Das Lokalanästhetikum wird nach und nach nahe des Nerven injiziert. Bei einer erfolgreichen Blockade verteilt sich das Lokalanästhetikum hinter der Arteria femoralis. Falls Lokalanästhetikum vor der Arterie zu sehen ist, ist die Nadel zu oberflächlich zur Fascia iliaca und muss tiefer geschoben werden.